Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal sofort und gleich So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben Und ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop sofort U gleich TTV Dann auf Annehmen drücken und es unterstützt uns sehr Und ihr zahlt keinen einzigen V-Bug drauf, sondern unterstützt uns kostenlos Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video So Leute, wir sind jetzt wieder am Daily Shop vom 21.07.2019 Wir gehen in einen Shop und wir haben ein Tourneuskins Ja, Tourneuskins Moment, wir haben sogar noch eine Lackierung Eine neue Lackierung da rechts unten, den Stachel Wir haben den Zuki, Kupferwespe und den Stachel Genau, dann fangen wir mal an mit dem Meckern für ein Bärchen Das hat er ja schon gewertet Aber wir haben sogar ein Gameplay dazu gefunden Das werden wir dann auch noch präsentieren Also eventuell hier noch sogar so verlinkt Müssen wir mal schauen Genau, dann, wie viel gibst du denn? Habe ich ja schon In großem zu gucken 3,47 von 5 bei 34 Boats und 3 Reminders Ja, die Combo-Klingen, die sind ja jetzt nach dem Event reingekommen Als der Bär gegen das Monster gekämpft hat Da habe ich 91 Skills gemacht oder 92 Ja, das war übel Habt ihr das eigentlich, habt ihr es miterlebt live? Also es war mega cool Ich war natürlich auch für den Bären Und da hat das Müsse richtig schön platt gemacht Leute, ich war ja auch für den Bären Bären, also Mit guter Erfahrung mit Bären habe ich bis jetzt nicht gemacht Aber Ja, eigentlich sind Waschbängers nett Aber auf der anderen Seite Tiger sind cooler Tiger sind cooler Also Leute, wenn ihr mal guckt bei Salty Die es nicht mitbekommen haben Da liegen die Überreste von dem Monster Der Bär hat es einfach kaputt gemacht Das war aber kein Waschbän Das war kein Waschbän, nein Wie viel gibt es denn den Combo-Klingen? Diese Combo-Klingen, finde ich, sehen richtig cool aus Und die kriegen von mir 8 von 10 Von mir kriegen die 7 von 10 3,86 von 5 bei 7 Boats und 4 Reminders Dann kommen wir auch schon zum nächsten Item Das ist der Smacker-Team Das war ja schon drin gewesen Das hatten wir schon bewertet 3,17 von 5 bei 6 Boats und 2 Reminders So, dann ist einfach einhändig auch nach dem Event reingekommen Und ganz ehrlich, wenn ich die Zahnseite, die Zahnseite finde ich besser Ja, ich auch natürlich Also ich kann dem Ding Warte, guck mal, er macht das zweimal Vorne zweimal Vorne zweimal, hinten einmal Also einfach einhändig finde ich persönlich jetzt nicht ganz so gut wie die Zahnseite Und kriegt von mir 7 von 10 Von mir kriegt das 6 von 10 Also ich glaube, das würde ich sogar so in live hinbekommen Die Zahnseite kriege ich nicht hin Habe ich schon probiert 3,63 von 5 bei 8 Boats und 12 Reminders Da stelle ich mich so dämlich an Ja, gleich Okay, dann kommen wir zum Gauner-Rennen Ja, der Rapscallion Kriegt von mir 6 von 10 Von mir kriegt er 4 von 10 Mega beliebter Skin 4,63 von 5 bei 8 Boats und 1.3 Juni 2018 in Schock gewesen Seitdem 16 Mal und 236 Reminders Wahres Herz Schreckliches Teil Ja, komm Wahres Herz Kriegt von mir Ja, es ist halt Und noch ein passbar beliebter Und es ist eigentlich ja schon Kult Und ich war Ich war Kit von mir 7 von 10 Herrgleich mag ihn nicht so ganz, deswegen gebe ich ihm 10 von 10 What? 4,5 2 für 5 bei 73 Worts zum ersten Mal am 7. Juli 2018 in Schock gewesen Seitdem 16 Mal und 189 Reminders Als ob der bis jetzt nur 16 Mal im Schock war Krass Nur? Ja Das ist schon viel Und Release-Datum ist 2018 und 7. Juli Das kann man auch überhaupt nicht hin So Okay Boxen Stopp Woodlash Für 800 Mi-Bucks das Teil Ja Ja, halt auch ein Kult Kult Skin inzwischen Kriegt von mir 7 von 10 Von mir Ja, 8 von 10 3,9 von 5 bei 67 Worts Seit dem Seit dem 3. April 2018 28 Mal am Schock gewesen Und 79 Reminders Dann kommen wir zum Tagtraum Tagtraum Finde ich nicht ganz so toll Kriegt von mir 6 von 10 6 von 10? Mhm 8 von 10 3,6 von 5 bei 43 Worts 3 von 5 bei 43 Worts Ja, klick mal da durch und zoom mal bitte ran an die Waffen Zoom da mal bitte ran, dass man die mal so ein bisschen sehen kann Ähm Ich finde das nicht so gut Ich finde das nicht so gut Ja gut, blau, orange Passt eigentlich ganz gut zusammen Ja, normalerweise gibt es Komplimentärfach Aber es ist nicht auch ein bisschen Lieder Ähm Ich finde das nicht so gut Ich gebe dem 5 von 10 Höchstens 6 von 10 3 von 5 bei 1 Worts 2 Reminders Dann Kommen wir auch schon zur Kupfer-Wespe Die Kupfer-Wespe Also Leute Zoom mal bitte da ran Ich hasse Wespe Ähm Und das Schlimmste ist Das Schlimmste ist Leute Hier ist die Wespe, okay? Das Schlimmste ist Jetzt kommt's Hier Ein Tiger Ich hasse Wespe Ich hasse Wespe Und hier ist ein Tiger Ja, weil halt Beides gelb-schwarz, ne? Und so Haben sie sich mal Die sind nicht mal Ansatz Weil sie so aggressiv sind Hätten Sie sich vorhin mal hören müssen Als hier wieder der ein oder andere Kill abgestaubt wurde Hier Ja Dann können wir mal den Herrn sofort in Action erleben Hey, staubt dem Kills ab Dann dreht er total durch hier So Und wenn das ein paar Mal passiert Dann verlässt er sogar den Raum Ey, das hört sich jetzt so an Als würde ich bei meinen Teammates sagen Ey, was soll denn das? Nein Weil ja gleich ist es in Ordnung Wenn er mir Kills zieht Aber wenn irgendwelche Leute herlaufen Und mir die Kills abstauben Raste ich aus So, also Okay Ähm, gestreifter Pircher Ja Ich bin gestreifter Grater Ha, ha, ha Ne, das meine ich Ich mach mal ganz kurz den da weg Dass man mal sehen kann Was der sonst Ne Nur den Tiger dahinten mal ganz kurz weg Ausblenden Nur was hat denn der da hinten sonst da drauf Was ist denn das? Achso, irgendein japanisches oder chinesisches Zeichen Ja, äh Die Kupferwespe an sich Finde ich nicht ganz so toll Aber ich muss sagen Das Backpack passt halt sehr gut zu dir Und das Backpack ist halt schon geil Irgendwo, ne? Ja, das Backpack ist geil Deswegen gebe ich schon Macht 10 von 10 Aber das Backpack ist halt Tier Das ist das Ja, also die 10 von 10 sind fürs Backpack Nicht für diesen Skin Ja, nur fürs Backpack Also dem Skin gebe ich 4 von 10 Dem Backpack 10 von 10 Macht insgesamt eine Benotung von 7 Ja, ich sehe es Das Backpack Wenn sie das separat hätten Würden wir es Wahrscheinlich sogar direkt kaufen Aber der sieht halt echt nicht so toll aus Also ich gebe dem Skin 6 von 10 Okay Zweifach auf bei 2 Votes Und 4 Reminders Da haben wir ihn auch nicht auf der Map gefunden Aber jetzt kommt der Oberknaller Zucki Roki Zucki Roki Zucki So, Zucki haben wir in eigentlich fast jedem Match gesehen Auf der Map Und das mehrfach Also mega gut angekommen Und ja Also sie Also als ich die gesehen habe An was musste ich gleich als erstes denken The Ring Oder The Grudge Ja, die Leute, die gerne Horrorfilme sehen Die wissen, wovon ich spreche Und zoome nochmal bitte an hier an Ich tue auch gerne Horrorfilme, wovon ich spreche Ja, aber du kennst die finde ich so Ja, aber du kennst die finde ich nicht so Ja, sind schon zu alt Ja, 20 Jahre Ja, The Ring müsste 20 Jahre alt 20 Jahre Ja, perfekte The Ring müsste 20 Jahre alt Also auf jeden Fall Ja, ja, mega cool Zucki finde ich mega cool Und kriegt von mir Aber es ist ein Roboter Das Verrückte ist Die haben da jetzt so eine Mischung aus Diesen Horror-Ding da gemacht Als Roboter Ja So, und das Teil kriegt von mir Ähm 8 von 10 Ich find's echt Von mir kriegt's 6 von 10 4 von 5 Weil 6 Votes und 46 Reminders Dazu haben wir auf jeden Fall Gameplays Und die werden wir Das werden wir hinten dran packen Auch ans Video Ollo ist oben auf der rechten Seite In der Ecke verlinkt Im I Okay, alles klar Wenn es euch gefallen hat Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da Schreibt was irgendwie nochmal daran Unterhänden Unterstützt uns mit dem Support Creator Code Sofort und gleich DTV Auf allen drücken Und dann unterstützt uns kostenlos Bis dahin Haut noch rein Und tschüss